Und damit Willkommen zu einer weiteren Fahre Mahle-Karl! Ich hoffe, den Witz haben wir schon das letzte Mal gebracht. Du kannst den nicht wiederholen. Ich kann aber nicht denken. Verziehe dich, du Schweizer. Lalalalalala, warum bin ich zu dumm zum Beispiel? Ich verzieh mich an die Spitze. Hab ich gerade die rote versehentlich mit der Banane gespielt? Du hast ne Münze. Bei mir hattest du kein Item zum Abschützen. Was? Nein, ich hab ne Banane. Ich hab ne Banane. Ne Banane. Aus Versehen den roten an Hupti gecancelt, weil die Banane... HAP SCHNEGGER! Hey, schon wer? Warte, der heißt jetzt ausschwert. Ihr macht mir das nicht einfach neuer Namen. Schon wer? M-Banger, lass uns zusammen heiter. Wen? M-Banger, du bist immer zusammen du Dreckstag, was denkst du denn? Ja... Nicht mal mit... Nicht mal mit... Ne, 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 mein Freund! Du bist eine dumme Bitch! нann haben wir das nur gemobided. Sofern ist das ja gar nicht so... EINN LEIN, die dumme Bitch! Ja, ich bin so dumm wie ichle Blech. AF Mm. Cache, ich bin so dumm wie ichle gleich wieder... NEIN, du bist der dumme Bitch! Fuck you! Die Woll! Ah! Das war ein schöner Schweiß. Ich hör's immer noch an, ey. Ich hatte einen Pilz, man. Jetzt muss ich einen von Chi absnacken. Ich hatte drei Pilze. Den einen hab ich noch aufgenommen, aber weil's geblitzt wurde, hab ich den Effekt nicht gekriegt. Aber du hast alle drei gedroppt bei mir. Ja, naja, und durch den einen bin ich dann durchgefahren, aber ich hab den Effekt nicht gekriegt, weil wahrscheinlich der cooldown noch nicht rum war oder was weiß ich. PAM PAM! Warum ist das anders? Riebati mal! Oh Gott! Ich hab's überlebt. Geil! Ich hab Spaß, das ist großartig. Schau, wenn du bist ne dumme Uwe. Schau, wenn du bist ne geile Bitch. Lass dir nichts sagen, mach Schleckgeräusche. Oh, wer denn das versucht? Hier Bananen. Steck dir deine Bananen sonst wohin. Ich bin zweiter, ihr dumme Bitches! Schau, wenn du bist dritter, wie fühlst du dich? Ach, M-Banger, du und ich. Jetzt verküsst du dich. Du fährst dich nämlich ganz schön scheiße. M-Banger würde ich auch noch hintergehen. So, das war dann mein Hoch für die nächsten fünf Folgen. Das ist wahr. Das ist ja egal. Tim! Oh! Das ist der, wo ich Kappa oder Kalle machen wollte, nichts rausbekam, dann ist Krokenta entstanden. Es hat Pokéball, irgendwann verschwinde du Uwe. Schon wird gewinnen für mich, du. Okay, tschüss. Guck jetzt. Das Geile ist, was Fett, der wurde ja nicht zum Essen gerufen, der wurde nur mal nicht erst und jetzt weint er in der Ecke. Hey, die Web ist aus Käse. Bäm. Ich fick Käse. Schwer überback dich mit Käse, damit ich dich vernaschen kann. Ich weiß nicht, ob das allzu toll wäre, um ehrlich zu sein. Für sie schon. Für mich schon, ja! Ach so. Ja, das so ist. Das Geile ist, Hundi ist trotzdem Zweiter, ne? Was, wenn der jetzt gar nicht... Der muss wirklich nicht gehen. Ich hatte bisher nochmal... Ich spiel tatsächlich noch mit, oder? Ist gar nicht gekommen. Ja, sag ich doch. Ach, ne. Hundi, du bist jetzt scheiße, wenn du essen gehst! Hundi... Mach! Die ganze Staycheid einfach! Okee... BOOM, BITCH! Warum ist ja soweit vorn immer ohne Scheiße im Zweiten? Warum? Oh, Abe. Egal, oder G kein Feuer mehr! Ich mag es nicht geblittelten minds alten. Drecksscheiß Raucher bin. Eigis, ejic. Llegligligli! Hlgcznie! Wenn man Raucher schweizt, dann schmeckt der Rauch nach Käse. Wenn man Schweizer raucht, kriegt man mehr Geld. Das ist wahr. Oh mein Geiji! Verzierig! Oh Gott, oh Gott! Ich hab die Waffe geworfen? Wieso sind die hier? Ich hab die Auskürze genommen! Oh, da bepiss dich ja! Was? Fuck you! Fuck you ganz gewaltig, ihr dummen kleinen Kommen-Schlampen! Und Snipe? Nein. Oh, fasst mich selbst gesniped! Boah, schon wer! Der Talent ist da! Oh oh. Ich find das nicht in Ordnung, wenn die Kommst so weit vorne sind. Warum bin ich auf siebten vorfekte Scheiße? Weil du sieben gut bist! Das ist schlecht. Aber, aber... Ja? Erzähl uns ruhig, Merci! Wir hören dir zu mit deinem Problem! Fuck you bitch! Okay, jetzt können wir dir leider nicht mehr zuhören mit deinem Problem, weil dann ist es vorbei! Bin ich so gebombt gedriftet! So, schön! Sinti wurde weggebombt, auch schön! Macht mich glücklich in meinem Herzen, muss ich ehrlich gestehen! Und Tunti wird jetzt echt noch Zweiter! Was? Ich mein, Zweiter nach dir! Ach so! Ich verstehe! Ich trau mich! Au! Hey! Warum ist der so gut, wenn der nicht mehr da ist, die kleine Bitch? Weil er, weil er genauso spielt wie im CPU! So, Kroketta stinkt! Ja, aber schade! Es ist Zeit! Zum Weckern! Es ist Zeit für ein Duell! Du, 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 du! Du, 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 du! Elelelelelelelel! Was geht da? Er war das? Was? Kalle? Was? Wer bist du? Das siehst du doch gleich! Ah! Natürlich! Das war der Schöne! Der Einzigwache! Wie kannst du das nicht wissen? Guck mal, ich sehe dich doch so ähnlich. Ja doch. Irgendwann schon. Neben Hautfarbe und generellem Aussehen ist das Aussehen schon gleich. Schwer, ich sehe deinen Popo! Wieso gibt es keinen Drabi? Aber ich spiele Babygement bei mir! Ja eben! Zeig dir dein Baby auf Schluss! Da wurde von Richtern angewiesen nicht mehr in die Nähe von Spielplätzen zu gehen. Oh nein! Wo? Komm schon wieder auf den zweiten. Ach das ist ein guter Puffer. Ach ich dachte das wäre ein roter. Das ist einfach nur der Hälfte. Ich war noch nicht so laut. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Da war kosmische Störung. Baby Popo! Baby Popo! Klatsch mir doch auf den Arsch. Oh nein! Nein! Wenn ich sie sehe komme ich ganz gewaltig. Hat er wieder gebraucht denn der blaue bitte? Das hätte ich fast noch nicht nötig bekommen, aber ich habe kein Glück im Leben. Oh! Willi wills wissen! Willi wills wissen! Willi wills wissen! Ihr sollt euch verpissen! Sinti! 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 Ich kann! Und tut sie nur... Boah, für KANN! Ich hol den Gürtel. Ich weine... Au... Warte, warte, sind die grad voll ein Adi-Sein? Warum ist hier noch ne Runde? Weil... Wie lange wollen wir eigentlich heute? Bis zum Unendlichkeit! Nein, bis zum Barbie-Film! Weil... Weißt du was? Der letzte war schwer auszuweiten, hab ich bis Ende mitgeguckt, aber bei Barbie bin ich mir echt unsicher. Doch, doch, als Gruppe geht das schon. Schwer durfte er sich den Film aussuchen. Welchen hast du geguckt? Ich hab den, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich hab einfach nur Barbie geyoutubt. Und den ersten... Dann ist es wahrscheinlich wieder irgendwie... Prinzessin auf dem Schwansee oder irgendwas rotierisch sprechen können. Nein, das waren sie was nicht. Es war irgendwas, was ich noch nicht gab. Wir können uns auch die... die vierstündige Smash Bros Melee Documentary anschauen. Nein, nein, nein. Ich hab zwei kleine Schwestern. Wisst ihr, wie viel fucking Barbie ich in meinem Leben schon geguckt hab? Ich hab auch schon... Ich nicht, weil ich hasse Barbie. Und schon hört uns zwei kleine Schwestern. Eine davon ist ein großer Bruder. Ich hab noch einen Flug abzuschießen, du kleine Komm-Bitch! Wehe in der Aufnahme hört man den Witz von Terminus nicht. Ich bin mal nicht toll. Sorry, guck ich hab nicht... Was wetten? Deine Schwestern hast du noch mehr darüber genervt, dass du viel Barbie gucken musst. Und der Einzige, der dann vorm Fernseher seiner Film eingelegt ist und sich so voll freut, ist der Hitler gewesen. der noch was in Deutschlandseite ja doch. Olololo! bow 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 bow! Ey, hier ja nicht lecken! Legen...lecken finde ich uncool. Didn't lecken! Jaaaa. Ich komm nicht lecken! Ich seh dich da vorne, Juli! Geh weg mit deym Stern! Ich hab kein Stern! Du glaubst wirklich,ńsk Hoşiezo éht vondid, dass второй Stern bekommen kann? WEN CHIEBE ich DIER? EIN STERN! THERE WAS IMPARES DREAM ich will aber nicht kommen wo es man gekommen ja stimmt spiel eigentlich zwei sekunden warten lassen ich weiß ich habe auf jeden fall nein ich habe die mauer geknutscht spiel hör auf zu lenken nein ich habe die banane weggehoff da kommt ein roter egal der hat mich nicht der hat mir nichts gemacht weil ich selber runtergefallen wird warum bin ich so schlecht das sind die gene warum bin ich das ist dieses zweite ich glaube ich habe alles und das bringt mir absolut gar nicht ich war gerade eben noch erster und dann kam das zweite ich guck dir nicht mitspielt ist alles gut wirklich was das diese folge gefallen hat und wir wissen sie hat euch besser gefallen weil ob die weniger drin ist dann noch ein bisschen positiv bewerten kommentiert abonniere durch barbie filmen alles aussehen abonniere durch b Vielen Dank.